Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute wird Seite 271. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort sich erfüllt. Wir sehen das in der Geschichte und wir sehen das in unserem Leben. Und wir haben schon viel mit dir erlebt. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns auch jetzt in den kommenden Geschichten, die wir in den nächsten Tagen und Wochen studieren werden, dass du uns helfen wirst, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Und dass wir in unserem Leben noch näher zu dir hinwachsen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir wollen heute ein neues biblisches Buch beginnen und zwar das Buch der Richter. Ein Buch, das die nächsten Generationen nach der Landnahme Kanaans beschreibt. Ein Buch, das die Geschichte Israels über einige wenige Jahrhunderte zusammenfasst. Und ein Buch, das manchmal auch als die Geschichte des dunklen Zeitalters Israel charakterisiert wird. Dabei beginnt es mit einer äußerst positiven und schönen Frage. In Richter 1, Vers 1 lesen wir. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um gegen die Kananiter zu kämpfen? Es wird noch viel schief gehen im Buch Joshua. Aber der Anfang ist gut. Sie fragen den Herrn, wer soll kämpfen? Was sollen wir tun? Mögen auch wir jeden Tag damit beginnen mit der Frage, Herr, was sollen wir tun? Was sind deine Pläne? Mögen wir unsere Gemeindesitzung, unsere Pläne auch als Familie, als im Beruf, wo wir das umsetzen können, immer nach dieser ersten Frage ausrichten. Gott, was möchtest du? Und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Judah zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kananiter kämpfen. So will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Wir haben ein schönes Beispiel dafür, wie man auch im Werk Gottes zusammenarbeiten kann. Statt alleine nur das zu tun, was man erkannt hat, kann man jemanden mitnehmen, ihm seine Hilfe in Anspruch nehmen und dann auch ihm helfen. Gott möchte, dass wir zusammenarbeiten in den Dingen, die wir auch im Alltag zu tun haben. Und als nun Judah hinaufzog, gab der Herr die Kananiter und die Pheresiter in ihre Hand und sie schlugen sie bei Besec 10.000 Mann. Und als sie den Adoni Besec in Besec fanden, kämpften sie gegen ihn und sie schlugen die Kananiter und Pheresiter. Und Adoni Besec floh, aber sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und schlugen ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Da sprach Adoni Besec 70 Könige mit abgehauenen Daumen und großen Zehen lasen ihr Brot auf unter meinem Tisch. Wie ich gehandelt habe, so hat mir Gott wieder vergolden. Und man brachte ihn nach Jerusalem und er starb dort. Das ist ein interessantes Prinzip, was wir hier sehen. Dieser kananitische König erkannte selbst, dass das, was ihm wieder fuhr, eine exakte, gerechte Strafe ist. Er hatte viele anderen Menschen Böses getan, hat sie verachtet und sie verunstaltet. Und nun geschieht ihm das ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden, dass die Gottlosen am Ende die Frucht ihrer eigenen Taten essen werden, dass sie mit den Dingen bestraft werden, die sie anderen angetan haben oder antun wollten. Ihr könnt in Offenbarung 16 Beispiele auch dafür finden, die dann in den sieben letzten Plagen aktuell sein werden. Die Söhne Judas hatten nämlich gegen Jerusalem gekämpft und das erobert. Und sie hatten die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes geschlagen, die Stadt aber in Brand gesteckt. Danach zogen die Söhne Judas hinab, um gegen die Kananiter zu kämpfen, die auf dem Bergland und im Negev und in der Scheffela wohnten. Judah zog auch gegen die Kananiter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten Kiriat Arba. Und sie schlugen Sesei und Achiman und Talmai. Das haben wir schon in Joshua 15 gelesen, als der Zug des Stammes Judah beschrieben worden ist. Von dort zogen sie gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kiriat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kiriat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Wir haben diese Geschichte schon in Joshua gesehen, aber sie wird hier nochmal aufgegriffen, weil wir damit auch eine Brücke schlagen können zu den weiteren Geschichten. Denn wie wir sehen werden, ist Othniel dann der erste Richter in Israel, der hier in diesem Buch erwähnt werden wird. Und es geschah, als sie einzog. Da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Und sie sprang vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Und die Söhne des Kenitas, des Schwiegervaters Moses, waren mit den Söhnen Judas aus der Palmenstadt in die Wüste Judah hinaufgezogen, die südlich von Arad legt. Und so gingen sie hin und wohnten bei dem Volk. Und die Verwandten Moses wurden hier mit aufgenommen und konnten Teil des Volkes Israel werden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir lernen, zuallererst danach zu fragen, was dein Wille ist. In all unseren Unternehmungen, in allem, was wir planen. Du hast auf Arbeit, im Studium, in der Schule, in der Freizeit, in der Gemeinde. Lass uns deinen Willen zur obersten Richtschnur unseres Handelns machen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen.